Zahlen können als Summe von zwei kleineren Zahlen dargestellt werden. In diesem Video lösen wir eine Textaufgabe, bei der wir diese beiden Zahlen mit Hilfe der angegebenen Eigenschaften bestimmen müssen. Die Aufgabenstellung, die wir lösen wollen, ist folgende. Die Zahl 279 soll so in zwei Summanden zerlegt werden, dass bei der Division des ersten Summanden durch 4 und des zweiten Summanden durch 7 die Summe dieser beiden Quotienten 57 ergibt. Wie heißen die beiden Summanden? Wir definieren den ersten Summanden mit x. Entsprechend ist der zweite Summand 279 minus x. Wir dividieren den ersten Summanden durch 4 und addieren den zweiten Summanden durch 7, was 57 gibt. Wir multiplizieren die Gleichung mit dem KGV der Nenner, also mit 28. Den ersten Zähler müssen wir also mit 7, den zweiten mit 4, multiplizieren. Wir multiplizieren die Klammer auf der linken Seite aus, damit wir keine Klammern mehr in der Gleichung haben. Dann fassen wir die x zusammen und subtrahieren die 1116. Geteilt durch 3 erhalten wir für x den Wert 160. Also ist der erste Summand 160 und der zweite Summand 119. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema. Mit diesem Video geht es weiter und ill. Wir flexORpen down. Also ist dein trail derfortgesch Vielen Dank. Wir laufen bis zum Beispiel maximize Zähler hier im Moment ein. Mal Jian Anything zu sehen. zum Beispiel an